Helmut Berger ist ein österreichischer Filmschauspieler. Er zählte in den späten 1960er und 1970er Jahren zu den populärsten Stars des europäischen Kinos. Als künstlerisch herausragend gilt seine Zusammenarbeit mit dem italienischen Regisseur Luchino Visconti, mit dem er auch in einer Beziehung lebte. Er personifizierte den sexuellen Tabubruch im europäischen Kino. So wurde er insbesondere für seine Darstellung narzisstischer und bisexueller Figuren bekannt. Leben Anfänge Helmut Berger wurde als Sohn einer Hoteliersfamilie geboren und besuchte ein Internat in Feldkirch. Obwohl er kein Interesse an der Gastronomie und Hotellerie hatte, lernte und arbeitete er zunächst in diesem Bereich. Im Alter von 18 Jahren zog er nach London, schlug sich mit Gelegenheitsarbeiten durch und nahm parallel dazu Schauspielunterricht. In London arbeitete er zum ersten Mal als Fotomodell. So machte er Werbung für den Sherry, Fino La Ina. Nach Sprachstudien in Perugia zog Berger nach Rom, wo er zunächst als Fotomodell und Filmstatist arbeitete. Neben seiner Muttersprache Deutsch spricht Berger fließend Englisch, Französisch und Italienisch. Von 1964 bis 1975, Durchbruch und internationale Berühmtheit 1964 traf Berger erstmals Luchino Visconti, dessen Lebensgefährte er später wurde. Visconti gab Berger seine erste Rolle in der von ihm verantworteten Episode La Strega Brück iata viva in dem Episodenfilm Hexen von heute. Es folgte seine erste Hauptrolle in dem Film I Giovanni Tigri von dem Regisseur Antonio Leon Viola. Seinen internationalen Durchbruch erlebte er als Martin von Essenbeck in Viscontis Die Verdammten, für die er eine Nominierung für den Golden Globe Award als bester Nachwuchsdarsteller erhielt. In seiner wohl bekanntesten Szene überhaupt persifliert Berger in dieser Rolle die Lola, wie sie von Marlene Dietrich in Der blaue Engel gespielt wird. Bergers Filme waren populär und wurden mehrfach mit internationalen Preisen ausgezeichnet. Der Garten der Finzi Kontini wurde mit einem Oscar ausgezeichnet und Billy Wilder stellte fest, dass es ein Jammer sei, dass Italiens bester Schauspieler in Wirklichkeit ein Österreicher sei. Der Stern lobte, dass Berger, intellektueller als Alain Delon und makelloser als Robert Redford, war. In Die Rivalen spielte er an der Seite von Elisabeth Taylor und Henry Fonda. In der Skandalverfilmung um den Salon Kitty von Tinto Brass spielte Berger den Geschäftsführer eines Bordels in der NS-Zeit. In dem Filmunternehmen Entebbe spielte er den Terroristen Wilfried Böse an der Seite von Anthony Hopkins, Burt Lancaster, Kirk Douglas und Elisabeth Taylor. Berger hatte seinen Platz gefunden in großen internationalen Produktionen. Als der Höhepunkt von Bergers schauspielerischem Schaffen gilt Viscontis Ludwig II., in dem er den bayerischen König Ludwig II. von der blühenden Jugend bis zum bitteren Ende porträtierte und dabei den von eigenen Schwächen und psychischen Untiefen gezeichneten, nervös-paranoiden Verfall des Herrschers nachzeichnete. In Gewalt und Leidenschaft verfilmte Visconti seine Beziehung zu Berger. Burt Lancaster spielte einen älteren Kunstprofessor, der sich zum jugendlichen Berger hingezogen fühlt. Berger wurde durch seine Rollen zum Weltstar. Er modelte für Modezeitungen und zierte als erster Mann überhaupt das Cover der Zeitschrift Vogue. Bekannte Fotografen wie Helmut Newton, Mary Ellen Mark oder David Bailey veröffentlichten Bilderreihen mit ihm. Andy Warhol fertigte Polaroids von Berger an und reproduzierte sie als Siebdrucke. Von 1976 bis 1999. Nachlassender Erfolg – Weitere Projekte der Tod Viscontis 1976 stürzte Berger in eine tiefe persönliche Krise. Viscontis Testament, das Berger angeblich als Erben eingesetzt hatte, war nicht mehr auffindbar. Bergers massive persönliche Schwierigkeiten zeigten sich in einem Suizidversuch am ersten Todestag Viscontis wie auch in seinen anhaltenden Problemen mit Alkohol und anderen Drogen. Mit dem Zurückgehen der Präsenz des europäischen Films angesichts der beginnenden Umstrukturierung des globalen Produktions- und Verleihwesens während der 1980er und 1990er Jahre konnte auch Berger an die großen filmischen Erfolge nicht mehr anknüpfen. Im Zuge der Produktion des Films Der Tollwütige ließ sich Berger an der Seite von Marisa Mell für den italienischen Playboy nackt ablichten. Der Regisseur Quentin Tarantino zeigte in dem Film Jackie Brown Ausschnitte aus dem Film und bedankte sich im Abspann bei Helmut Berger für dessen überzeugenden Auftritt. Der Film führte indes für Helmut Berger zu keinem finanziellen Erfolg. Claude Chabrol besetzte Berger 1980 in der Rolle des Phantomas. In der folgenden Zeit hatte Berger Schwierigkeiten, in größeren Produktionen mitzuwirken. Die italienische Filmindustrie hatte massiv Marktanteile verloren. Der Übergang vom jugendlichen Helden zum reiferen Schauspieler stellte Helmut Berger überdies vor eine Herausforderung, die ab Ende der 1970er Jahre mit Auftritten in kleineren, ambitionierten Produktionen, in B-Movies und auch Arbeiten für das Fernsehen bewältigt wurden. An alte Erfolge konnte er indes kaum mehr anknüpfen. Ausnahmen bildeten seine Rolle als fanatischer Standartenführer Ritter im Kriegsfilm Codename. Emerald, sein Auftreten im italienischen Mehrteiler die Verlobten sowie seine Rolle im letzten Teil von Francis Ford Coppolas Trilogie der Pate III. 1993 spielte Berger in dem von Kritikern hochgelobten Filmdrama Ludwig 1881 erneut die Rolle des Königs Ludwig II. 1992 spielte Berger in dem Video der Sängerin Madonna für den Titel Erotika mit. Für ihr Buchprojekt Sex steuerte Berger Bilder und Texte bei. Madonna bezeichnete Berger als Idol. Mehrfach trat Berger in der Harald-Schmidt-Show auf. Das Magazin Weiß lobte seine Auftritte bei Schmidt als ikonisch. 1999 wirkte Berger im Musikvideo zu Tausend Tränen tief der deutschsprachigen Hamburger Band Blumfeld mit. Er spielte hier den älteren Mann in einer homoerotischen Beziehung. Von 1998 bis 2002 wohnte Helmut Berger in einer Hausgemeinschaft mit Laura Halding-Hoppenheit. Kennengelernt hatte die deutsch-rumänische Politikerin den Schauspieler bei einer Modeshow von Harald Glöckler im Neuen Schloss. Halding-Hoppenheit kümmerte sich um Helmut Berger und brachte den suchtkranken Schauspieler mehrfach in die Klinik, von wo er immer wieder ausriss und zurückkehrte. Halding-Hoppenheit fand sich in zunehmendem Konflikt mit Bergers eskalierendem überheblichen Verhalten, sodass sie ihm schließlich in ihrem Stuttgarter Kings-Club Lokalverbot erteilte und ihn dazu antrieb, bei seiner Mutter in Salzburg unterzukommen. Von 2000 bis 2008, Rückzug aus der Öffentlichkeit in den 2000er Jahren wirkte Berger nur selten an Filmproduktionen mit. 2004 zog er, dabei mit viel Aufmerksamkeit von österreichischen Medien bedacht, von Rom nach Salzburg zu seiner Mutter, bestritt jedoch finanzielle Schwierigkeiten und betonte, lediglich auf der Suche nach einer neuen römischen Bleibe zu sein. Seine Mutter, um deren Pflege er sich kümmerte, starb Ende 2009. In der Late-Night-Show Willkommen Österreich erklärte Helmut Berger 2011, dass er mit dem Kapitel Rom abgeschlossen habe. Von 2009 bis 2019, späte Karriere im Jahr 2009 spielte er die Hauptrolle in Peter Kerns Drama Blutsfreundschaft. Der Film lief im Februar 2010 auf der Berlinale und kam im Herbst 2010 in die deutschen Kinos. Darin spielt Berger einen homosexuellen Wäschereibesitzer, der eine Beziehung mit einem jugendlichen Neonazi anfängt. Nachdem Berger im Oktober 2012 mit einem Auftritt in der Talkshow Markus Lanz erneut in den Fokus der Aufmerksamkeit geraten war, war er ab dem 11. Januar 2013 in der 7. Staffel der Fernsehsendung Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Als Bewohner des Dschungel-Camps zu sehen. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel urteilte im Vorfeld der Sendung, dass von dem Mann, der einst, mehr Sex ausstrahlte als Robert Pattinson und Leonardo DiCaprio zusammen, wenig geblieben sei. Der Sender RTL wurde dafür kritisiert, Berger in einem schlechten Gesundheitszustand im Fernsehen zu präsentieren, um gute Quoten zu erzielen. Die Zuschaustellung eines, offensichtlich kranken Mannes, sei ein Grenzfall. Nach Ausstrahlung der ersten Folge revidierte der Spiegel seine Meinung und begrüßte die Verpflichtung Bergers. Dieser sei, selbst im Liegen interessanter als die herumhüpfenden Hampelmänner. Aufgrund Bergers Anwesenheit, würde es sich, lohnen, diese Sendung weiter anzusehen. Berger verließ das Dschungel-Camp am 12. Januar, dem dritten Tag seines Aufenthaltes, wegen gesundheitlicher Probleme. In den Medien wurde kritisiert, dass Berger sich nur kurze Zeit im Camp aufgehalten habe. Der Tagesspiegel schrieb, dass der Auftritt des »interessantesten«, tiefgründigsten, geheimnisvollsten Kandidaten der RTL-Show kein Triumph, sondern eine Tragödie war. Im Nachhinein äußerte sich Berger positiv über die Erfahrung und gab bekannt, mit RTL über eine erneute Teilnahme an der nächsten Staffel zu verhandeln, und auch die englische Ausgabe des Dschungel-Camps sei an einer Verpflichtung von ihm interessiert. 2012 erschien im Schwarzkopf und Schwarzkopf Verlag ein großformatiger Bildband zu Bergers Leben, der in der Presse positiv aufgenommen wurde. Anfang 2013 wirkte Berger in dem Musikvideo der Sängerin Nena zu dem Song Besser geht's nicht aus dem Album Du bist gut mit. Im Juni desselben Jahres wurde in Bergers Salzburger Wohnung eingebrochen. Originale von Roy Lichtenstein und Andy Warhol, Erinnerungsstücke, wertvoller Schmuck und seine Filmrollen und Plakatsammlung wurden gestohlen. Berger zufolge betrug der Schaden rund eine Million Euro. Mit einer Nebenrolle an der Seite des Geigers David Garrett in dem Film Der Teufelsgeiger kehrte Berger 2013 zum Kino zurück. Im folgenden Jahr präsentierte er bei den internationalen Filmfestspielen von Cannes die Filmbiografie Saint Laurent, in der er unter der Regie von Bertrand Bonello als alternder Yves Saint Laurent zu sehen ist. Im September 2015 feierte der abendfüllende Dokumentarfilm Helmut Berger, Akter des österreichischen Filmemachers Andreas Horvath Premiere beim Filmfestival Venedig. Die Aufführungen des Films, in dem Berger in einer Szene vor laufender Kamera onaniert, hatten für Berger sowohl die Trennung von Florian West zur Folge als auch eine durch seine Gattin Francesca Gaidato eingebrachte Anzeige wegen Bigami. Berger verklagte später seinerseits Horvath wegen Rufschädigung, scheiterte allerdings im August 2020 mit der Klage vor Gericht. Auf dem im Herbst 2017 erschienenen Album Barbara des französischen Pianisten Alexandre Taro spricht Berger das Chanson Göttingen. Im Februar 2018 gab Berger an der Volksbühne Berlin mit 73 Jahren sein Bühnendebüt. In Albert Serras Stück Liberté spielte er an der Seite von Ingrid Kaven einen dahinsichenden Baron der Barockzeit. Er verkörperte diese Figur auch in der gleichnamigen Verfilmung von 2019. Anlässlich seines 75. Geburtstages wurde im Mai 2019 eine von Alexander Hanel angefertigte Büste beim Eingang zum Bad Ischler Lehar-Theater enthüllt. Ebenfalls 2019 erschien der Dokumentarfilm Helmut Berger, meine Mutter und ich der Filmemacherin Valeska Peters. Er zeigt den Schauspieler in freundschaftlichen Kontakten jenseits der Filmwelt. Die Mitwirkung Bergers an Liberté wurde in diesem Kreis initiiert und organisatorisch begleitet. Im November 2019 gab Berger bekannt, nach mehreren Lungenentzündungen in den letzten Monaten seine Schauspielkarriere zu beenden. Er wolle wie sein Vorbild Marlene Dietrich seinen Lebensabend außerhalb der Öffentlichkeit verbringen. Persönlichkeit in den Medien als Exzentriker und Enfant terrible betitelt, ist Helmut Berger neben seinem filmischen Schaffen auch wegen seines ausschweifenden Lebens und seiner offen bekannten Bisexualität bekannt und ein immer wieder gern gesehiner Gast in Talgsendungen. Unter anderem erzählte er von seiner Beziehung mit der Schauspielerin Marisa Behrensen, die ihn angeblich heiraten wollte, sowie von erotischen Abenteuern mit Rudolf Nureyev, Britt Eklant, Ursula Andres, Nathalie Delon, Florinda Bolkan, Elisabeth Taylor, Marisa Mell, Anita Pallenberg, Marilu Tolo, Tab Hunter, Jerry Hull, Bianca und Mick Jagger und weiteren Rockstars aus den 1970er und 1980er Jahren. In seiner 1998 erschienenen Autobiografie Ich bezeichnet er sich als Viscontis Witwe. Sein Leben wie seine Autobiografie teilt er in die Phasen vor, mit und nach Visconti ein. Die Vogue bezeichnete ihn als »schönsten Mann der Welt«. Berger sei kein Bo, kein Schönling gewesen, sondern, ein Mann von atemberaubender Schönheit. Seine hohen Wangenknochen hätten ihm etwas Aristokratisches gegeben. Berger galt als Mann des Jetsets und führte ein extravagantes Leben. Die Medien berichteten über seine ausschweifenden Exzesse mit Alkohol und anderen Drogen und seine zahlreichen Affären. 1994 heiratete er die Schauspielerin Francesca Gaidato, von der er sich drei Jahre später wieder trennte, jedoch nie geschieden wurde. Nena, die Berger 2013 für ein Musikvideo verpflichtete, beschrieb ihn in einem Interview als einen Mann, der »sagt, was er denkt, und lebt, was er fühlt. Er ist ein Freigeist, der sich nicht verbiegen lässt. Er sei einer der letzten echten Rockstars.« Im Juli 2015 heiratete Berger Medien wirksam den 36 Jahre jüngeren Designer Florian Wess. Wess trennte sich im September 2015 von Berger, nachdem dieser in einem Dokumentarfilm sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen hatte. Auszeichnungen und Nominierungen 1969 zu 3. Platz als bester Nebendarsteller des New York Filmkritics Circle Award, Die Verdammten 1970, Golden Globe Nominierung als bester männlicher Nachwuchsschauspieler, Die Verdammten 1973, David Dei Donatello, Ludwig der Zweite. 1973, Deutscher Filmpreis, Nominierung für die beste männliche Hauptrolle, Ludwig der Zweite. 2007, Spezial-Teddy der Internationalen Filmfestspiele Berlin 2011, Christian des 18. Prag International Filmfestival Febiofest für das Lebenswerk 2016. International Cinephile Society Awards, Nominierung als bester Nebendarsteller, Saint-Laurent 2019, Kulturehrenzeichen der Stadt Badische 2019, Ehrenpreis des Filmfestivals Kitzbühel. Kulturehrenzeichen der Stadt Badische Gämmerts Kulturehrenzeichen der Stadt Badische Erweger die Stadt Badische Gämmerts Kulturehrenzeichen der Stadt Badische